recht herzlich willkommen zur 98 folge von grand age medieval und dann wollen wir mal sehen dass wir reinkommen ins spiel und schauen was da so geht wir haben letzt mal ja was haben wir letzt mal gute frage haben letzt mal ein händler durch ihn geschickt und wir sind leider immer noch so weit dass wir das immer noch weitermachen müssen einfach aus dem grunde war einfach mehr geld brauchen obwohl jetzt schon 400.000 grad da waren 360 waren es glaube letzt mal ja unser händler ist hier gucken wir mal rein was der so loswerden kann hier haben wir dann noch hingeschickt das bier geht auf jeden fall komplett weg geht auch was aber nicht so viel 18 das geht auch aber so wie gar nix zwei lohnt nicht der fisch geht auf jeden fall komplett sogar weg hier haben wir noch tuch komplett wolle wurde müssen ein bisschen gucken 60 metaller sind auch weg da haben wir nicht alles weg aber 110 oder so einiges sagen wir mal so und erzählen weil sie jetzt keine plus das war hier geht nix so dann haben wir verkauft 500 knapp auf dem wagen so honig geht noch was einzukaufen 75 nehmen wir mit 250 ist glaube hier auch günstig 26 hier weiß ich ne der preis wird teuer sein weil die haben wir nicht selber was hier können wir noch zukaufen aber eigentlich bringt das da gar nix ne das kann man immer schlecht verkaufen finde ich da kannst du besser hier was von mitnehmen noch ein paar steine auf dem wagen und dann ist er voll ich glaube wir gehen erst hier hin weil die können da was gebrauchen wir könnten eigentlich da mal gerade reingucken baubaren fehlen da ok bauen 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 und das baum braucht da fählen jetzt natürlich überall die baubaren aber wir bringen ja gerade was hin jetzt die frage was die brauchen aber erstmal nicht so entscheidende krasimir ist dabei das funktioniert schon mal gut so dann verkaufen wir die steine auf jeden fall und die haben auch hunger aber nicht so viel 10 davon weg hier geht auch ein bisschen achte salz möchten sie auch haben auch acht da geht schon eher runter 3 hier handwerkskunst komplett 26 weg oder obwohl es 5 metaller geht fort runter und hole wollen sie auch haben 5 hast da das war jetzt schon gemacht oder einer ging noch mehr gut dann können die aber auch was bauen denke ich mal nicht wirklich ne da fehlen noch mehr sachen aber wir sind dann erst durch gehen wir hier hin guck mal wieder abschneiden so kaufen konnte man ja eben nix da war ja nix ne 137 177 134 das ist ok und die bolle ist auch noch da 16 lohnt nicht und nicht so zu überlegen was verkaufen das eine brot ist teuer es kostet 180 glaube hier könnte man aber machen wir nicht treide auch hier haben wir noch getreide und übersehen das ist die frage ob da unten eben wenn es mal eben gemacht na da gehen noch 100 weg 250 gehen fünf mit hier können was zukaufen aber weißt du was das machen wir nicht ich glaube ich nehme mal hier das holz und die steine den wir ruhig auch noch nehmen dann ist der wagen voll und geh nochmal hier zurück vielleicht brauchen wir noch holz das könnte sein ne ja dann gibt es dann so zock 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 und ah das ist ist nix da sind es drei ohne ist auch nix hier geht noch was die fünf werden wir auch los für den preis fälle geht dann runter so als einer und ich auch einer und da gehen auch nur einer mitnehmen kann man da nix wie gesagt dann lass uns da hinlaufen und schauen wir da weiter wir haben jetzt nur noch 270.000 werden wir auch waren auf dem wagen die vielleicht etwas wert sind so achte die gehen alle die nicht aber 16 die brauchen was zu essen auf jeden Fall 28 da haben wir nix von mit 100 geht die Bolle weg für 134 so viel wollen sie nicht aber 9 kohle geht einiges 16 einkaufen lohnt nicht da dürfen wir nicht hin dann dahin jetzt mal 295.000 ja gucken wir weiter ne hier sind wir jetzt hier sind wir jetzt Janowicz das Brot kann man hier kaufen aber 300 ist teuer ne dann nehmen wir 10 davon mit Bier 3 Fäller können wir noch verkaufen 16 Salz gibt es hier 8 das geht dann runter aber 120 nehmen wir mit da geht auch was das also 10 verkaufen 797 das hier geht auch schon hoch da kriegen wir 3 für einen guten Preis hier können wir noch was verkaufen Metalle komplett sehr interessant kohle gehen wir bis auf 60 oder 64 so kaufen wäre das haben wir schon gemacht und das und das haben wir auch gemacht das lohnt nicht so dann weg da und jetzt gehen wir mal dahin 307 haben wir jetzt hier schauen wir mal was wir da noch umsetzen können da oben war noch keiner ne vielleicht sollten wir da mal hingehen nehmen wir gleich mit die Reise so 110 noch billiger wie wir so hier 300 weg 234 alles weg da müssen wir was behalten gleicher Preis hier die gehen weg 60 hier geht noch kohle 80 weg so das Tuch kaufen wir auf jeden Fall für 165 80 die Pulle für 60 kann man auf jeden Fall auch kaufen reichlich gekauft hier ist noch billiger dann nehmen wir auch noch mit da kommen wir mal komplett mit Wagen voll oder ja so dann die Reise dahin gucken wir uns das an die haben Rohstoffmangel aber blitzt so ab und zu nur auf also hart an der Grenze so erstmal los werden da nix dann gehen wir auf 100 99 das bleibt so lohnt nicht haben wir nicht können wir noch billiger kriegen lohnt nicht aber noch vier Platz lohnt nicht lohnt alle nicht hier die Früchte nehmen wir mal für vier mit so dann da rüber ok da oben so oh hier siehts gut aus aber erstmal so Platz schaffen 120 ist nicht lohnenswert eigentlich ne 80 80 60 57 40 37 hier geht was 16 48 jetzt haben wir 80 Platz 1050 nehmen wir 20 mit rot 266 nehmen wir 10 damit und wir hier lohnt eigentlich auch nicht auch 10 Salz geht auch gleich hoch nehmen wir auch 10 damit Obst könnte man verkaufen machen wir auch weg damit 144 hier können wir noch Wolle na können wir auch nicht wirklich zulegen zwei aber das hier können wir noch zulegen 32 Wagen ist dann voll so dann können wir da ist geschlossen ne kein Handelsabkommen Minsk auch nicht dann gehen wir da oben hin jetzt muss er da unten rum ne ja da oben waren wir noch nicht dann schauen wir mal wie es da aussieht wir können gucken ob sich das lohnt ok abgebogen nochmal abbiegen genau oh da gibt es noch eine zweite Stadt dann nehmen wir die noch so ok lohnt nicht lohnt nicht lohnt nicht lohnt nicht da geht was das können wir noch zukaufen das machen wir mal so so 60 87 51 das mal so das lohnt sich nicht so 600 immer noch hier mit lassen wir so nehmen das wird auch schon teurer dann also noch nicht aber das Obst hier möchte ich gerne nehmen und wagen voll ne dann und dann und dann gucken wir hier rein das lohnt nicht das könnte man hier alles nicht los werden 35 das lohnt alle nicht da geht noch was zähne davon noch dabei lohnt nicht wirklich das wird auch gleich teurer dann lass das sein da haben sie nix der fisch wäre noch günstig 25 fischer mit so dann dahin dann schauen wir mal hier vorbei er wird immer belegen das auch der fisch der geht jetzt hier das lohnt alle nicht jetzt haben wir hier so 31 zukaufbar zähne davon der honig und da ist der wagen voll das ist unmöglich und wo geht er jetzt lang mit mir Angst wo der darf auch nicht hin so sieht es aus mit vergnügen er geht den richtigen Weg aber da ist überhaupt keiner okay ich hätte jetzt gedacht da wäre noch wer aber da ist niemand okay hier geht es lang ne doch nicht schön wäre es gewesen aber hier muss irgendwie ne läuft doch nicht lang es gibt keine Verbindung von da nach da aber lass uns mal hier hingehen wo ist unser bautrupp den hätte ich gerne noch der war irgendwo an der kreuzung da ist er wir sind bald da und nach da gut lass den mal bauen so den händler ansprechen noch lohnt alles nicht lohnt alles nicht ja dieser halt ist eigentlich über dann gehen wir da ein 287.000 was macht der bautrupp ja die straße ist da aber geht keiner durch dann okay beziehungsweise könnten ja den bautrupp doch nochmal auswählen wo ist denn da jetzt hin aber gute frage ne da lang ach der sitzt ja irgendwie in der stadt oder was abschnitt hinzufügen entfernen straße ausbauen geht da nicht aber da geht's dann machen sie es da und links geht's hat uns jetzt wahrscheinlich Geld gekostet ne gut gucken wir hier noch rein die können wir alle verkaufen die Brote auch hier geht auch das lohnt nicht da geht was nochmal 10.000 plus das obst das lohnt nicht hier geht wieder was hier geht auch was 80 so zukaufen 3 könnte man zukaufen aber auf jeden Fall hier 196 30 und da was nehmen wir Getreide mit oder so das war's dann gehen wir mal hier hin aber für die Folge soll's dann auch erst reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis jetzt wenn nicht wenn die